es gibt tage da könnte ich mich erschlagen stimmt ich habe da noch gar keine tür irgendwie hier rauszukommen ist ja auch lustig wo ist das witzig gut wir müssen ja eh dort unten rein wir brauchen nämlich stil dann können wir das rezept einscannen was ich haben möchte und zwar 25 jahre 26 jahre aber okay es geht voran wenn auch etwas langsam und ich kann mir dann gleich mal noch eine treasure plate mitnehmen eine trache habe ich gar nicht mehr sowas aber auch das schmeißen wir mal ein die brauche ich die lasse ich mal auch so ich brauche advanced einer langt mir eigentlich schon und ich brauche davon ein das wird jetzt etwas teurer das ganze her mit her mit wir machen die treasure plate gerade mal aus dem material dann freut sich auch wieder mein system ein bisschen mehr ja es eigentlich dasselbe wie in grün mit diesen standard machine casings wir brauchen halt hierfür stil und dann bekommen wir in force machine cases und davon brauchen wir hier so es lohnt sich zwar nicht die irgendwie einzulesen aber irgendwie das das bedeutet ich habe drüben viel zu viel stil eigentlich auch irgendwie so am laufenden naja gut wir brauchen ein stil für was ganz anderes ebenfalls noch ja habe ich jetzt bald mal wie junge hat fehlt ihr denn stil plates hast du renforcer habe ich kein gut forstet iron mehr das kann natürlich schon gut sein das ist ja eigentlich auch etwas was ich hier noch machen möchte beziehungsweise dort oben dass der standardmäßig so und so viel eben im system haben soll ah hunde liquidakt liquidakt wir brauchen unbedingt liquidakt so machen wir so viele du wirst mir so viele nicht machen können ich weiß 16 stück ist aber schon mal ein anfang ok ouch herrlich 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 so dann trotzdem erstmal kurz hier rein ich müsste es nicht ich weiß weil ich komme hier nämlich nicht raus beziehungsweise nicht rüber das ist eigentlich so ein creeper schutzbauer weil wenn diese tanks in die luft fliegen ist es glaube ich doch ein bisschen arg ärgerlich so jetzt ist wieder lustig es geht so zack 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 wenn ich dich jetzt noch von dort unten an reinschen könnte wäre das nicht verkehrt so und was haben wir denn biofuel füllt sich doch relativ zackig auf gut die maschinen unten sind voll ne das wird sich ändern ja jetzt dümpel das da müssen natürlich unten noch viel mehr hin das ist mal ganz klar allerdings möchte ich einfach ein gleichgewicht drin haben ich möchte schauen dass sich hier ein ticken mehr produziert oder beziehungsweise dass hier ein ticken mehr produziert wird wie raus geht dass das da drüben einfach oder dass sich dieser tank nicht irgendwie total leer gesaugt wird ach wirklich nur ein ticken das wird natürlich ein bisschen strange weil da muss man gucken ob das überhaupt so funktioniert wie ich das vorhabe in ordnung wir können uns heute mal um das befüllen dieses bereiches möchte ich mal nennen wir brauchen dazu diese 34 34 vor alledem standard machine casings doch ja passt so ich muss nur gleich los und lava organisieren zwei eimer richtig gerechnet jay passiert mir sonst normalerweise hier und die dinge sind auch so ein bisschen blöde zu berechnen jetzt gucke ich mal nach ich kann ja gerade noch oder gehen das macht gar nichts aus das kommt rein das kommt rein den stil schmeiße ich jetzt auch ein egal das dauert natürlich ich mache das an das war schmeißt die trüben rein das macht denke ich etwas mehr mehr sinn so wir brauchen zwei davon dann kümmere ich mich jetzt erst einmal um das eisen das ist wichtiger ich glaube da drüben mache ich dann auch in das induction furnace das macht einfach am meisten sinn jetzt ist natürlich die frage wo war mein loch ach ja komm geh heim so das meinte ich damit ich weiß nicht warum das dauernd kommt ich meine man sollte doch der meinung sein wenn ich mir ein feed the beast server anmiete dass das frei ist und man nicht erst in den server konfics rumschauen muss wo muss ich denn das jetzt wieder frei schalten das ist so ätzend aber ich zuhause bin ziehe ich mir wieder mein advanced zeug an ich meine da macht das ist doch auch nicht warum jetzt hier beim powersuit jetzt habe ich gedacht das liegt am helm weil da flight control drin ist ich glaube da hat sich einer ganz gut an lava bedient ist meine lava gewesen das ist gar nichts mehr ach nö oder ja das wäre es jetzt gewesen hier noch anzubrennen oder so doch ich habe fackeln dabei das sieht aber schlecht aus das aber ein ausgehobener chunk bereich sehe ich gerade oder auch nicht das war einfach nur ein anzeige fehler lustig ich bin ja begeistert das bedeutet jetzt wenn ich jetzt wieder fliege macht er das wieder dann hole ich mir gleich meinen chat pack also das ist es ist es ist doch ich kann doch da oben reingehen das ist sehr seltsam finde ich jetzt auch nicht ganz so hinreizend muss ich sagen weil das power tool von der hand ist eigentlich genial vielleicht mache ich mir auch da mal eine batterie rein sondern sollte das gehen letztens noch eingebaut teuer so dass allerdings auch da rein weil das nutzt mir ohne nix so ähm energie äh lava 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 irgendwo war hier noch ein lavasee ich weiß es ganz genau weil daran habe ich mich auch gut bedient aber was heißt gut bedient aber ich habe mich halt mal daran bedient ähm ja aber einmal wenn man so braucht da ist es hell das sieht aus als wäre da was so und das mal rein fliegen ja soviel scheint das aber auch nicht mehr zu sein soviel perfekt mir wollte ich doch gar nicht wunschlos glücklich und zufrieden so havo maut macht halt hier gut sinn um ja ein bisschen schneller zu fliegen wenn ich loslasse ist es langsam mache ich wieder ein bisschen schneller ein bisschen zumindest das zählt auch was ja und abwärts sehr schön tada und bam gut so jetzt dort müssen wir mit lava hantieren und zwar möchte ich da den deckel relativ schnell dicht machen eins und zwei jetzt kommt das da drauf und fertig ist diese maschine wir haben hier drüben aber noch eine maschine das tolle ist daran dass ich hier eins tiefer arbeiten muss so dann lasse ich das loch da gerade mal frei das ist eigentlich gar nicht so verkehrt hm ich weiß nicht mehr ob da irgendwas reingehört hat vor allem ich sollte da vielleicht ja ich komme noch gut ran ich komme noch gut ran so ne ja ich hätte nur gerne die blöcke die da drin sind äh nicht weil ich gierig wäre oder so ich habe nämlich keine ahnung ob die connecten wenn da was drin liegt sieht soweit ganz gut aus ja gefällt mir so nicht wundern das hat alles so seinen sinn warum das so aussieht so wie wie in force ich gehe lieber ins haus rein bei meinem glück brauche ich noch mal irgendwas oder wenn ich da draußen stehe kommt ein creeper an und sagt dann hallo kam wie geht's dir so wie weit du hast diese beiden materialien drinnen da genau okay er macht das doch so dann darfst du mir da noch mal machen er macht halt immer die mindestzahl er machte das ja einmal da kommt ja vier raus jetzt wusste ich nicht wenn ich da zwei eingeben ob der dann zweimal das programm durchlaufen dass dort zwei machen also dann halt die vier sind übrig geblieben warum nicht zwei standard casings über ich habe ich habe noch nicht alles zugemacht stimmt ja 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 jetzt weiß ich nur nicht mehr so genau ob da noch ein was in die mitte hineingehört hat das ist das einzigste blöde daran sagt 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 und sagt so aber es ist connected also es bedeutet funktioniert warum baue ich jetzt diese maschine so und die so naja leider leider gottes ist es so dass ich zu tief gebaut habe das weiß ich jetzt auch nicht gar nichts habe ich mir dabei gedacht das ist alles so okay stimmt genau mal bei dem muss das da hier unten in den boden direkt rein der war zu viel du kommst direkt so sehr schön dann kommt nämlich der standard ring hier oben drauf und genau ganz oben drauf kommt dieser ring so jetzt macht das doch sinn das problem ist diese maschine die da oder die maschine die da dran angeschlossen werden müssen in der mitte positioniert werden die maschinen die da dran positioniert werden müssen dahin also ganz unten das ist natürlich ein bisschen ja ich möchte mal sagen blöde aber okay da drüben ist jetzt nichts mehr jetzt sattler jetzt sattler jetzt sattler jetzt sattler wir brauchen ich baue jetzt erstmal von je eine maschine das langt ja vollkommen aus wir brauchen eine in das rio last vernis dieses nette teil das wird natürlich gebaut aus zwei in daten vernis ist da brauchen wir eine elektrik vernis und etwa jetzt gucken wir mal nach ich glaube elektrik vernis müsste ich noch ich war der meinung iron vernis hätte ich noch da drin im angebot brauchen wir ja so oder so dann gibt man mal irgendwie müsste man doch da oben auch aus der chat leise also ich zeige es gleich noch mal vielleicht wisst ihr dass ich habe es noch nicht rausgefunden wir brauchen redstone und zwei elektrik zwei stück her und redstone also aus dieser leiste müsste man irgendwie raus gehen können aber ich habe es noch nicht herausgefunden wie dann haben wir gebraucht dieses kuppernickel doch kuppernickel head coil und dafür brauchen wir acht bronze jetzt wird's nicht super ja logisch wir müssen ja drüben hin zu rolling machine also ich eh mehr brauchen nämlich da halt gleich mal da diese 60 also ich war mal der meinung ich hätte hier ne rolling machine stehen gehabt wo ist denn die abgeblieben habe ich schon das system reingeschmissen aber hauptsache noch ein container wall hier und ich muss letztens zusammensuchen wie ich den scheiß zusammen bekomme drei kisten hier muss langsam aber sicher mal interieur hineinkommen so jetzt schaue ich hier erst mal nach rolling ist hier schon mal gar nichts okay dann bauen wir einfach eine neue rolling machine dann ist die warum ist denn die weg habe ich hier irgendjemandem gegeben kann das sein vier pistons was ist denn jetzt los so okay okay vier pistons so ja ich freue mich wenn andere sterben ich meine ich bin jetzt auch so oft gestorben das kommt dahin ich hätte ja pisten anders suchen können und iron zapp 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 mal her naja so und jetzt ist zeit haha jt lacht auch so also ich hoffe ihr lacht so okay ähm dann machen wir das mal so lalala 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 ja und jetzt bin ich der gearschte weil das dreier ich doch falsch genommen habe in den ecken nickel 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 248 machen das so kommt zapp 2 2 2 mensch mensch vor allem mal den ddd den den vorgang auch da abbrechen das ist ja immer sehr wichtig also ja für die letzte muss man natürlich immer draufklicken dass sie hier gebaut werden ist ja sehr wichtig. Auch hier irgendwie voll blöd, dass die hier so eine ungerade Zahl haben. Habe ich jetzt eigentlich alles für diese Industrial Blast Förders? Zwei Dinger, ein Advanced, ja, dann würde ich sagen, machen wir hier nochmal zwei Stück. Dankeschön. Und ein Advanced. So. Swap. Swap. Na, da unten vergessen. Zick und Swip. Hm. Ah, ich Fisch. Ich brauche natürlich Induction Furnaces. Okay, ähm, wie gingen die nochmal? Die waren auch ganz blöd zu bauen, ne? Ein Advanced und Copper. Okay, dann nochmal zwei Advanced. Zapp. Dann machen wir nochmal zwei Stück. Ach, Gott sei Dank, macht er die. Und, ähm, Copper. Gott sei Dank habe ich genügend Kupfer. Das wäre es jetzt gewesen, die klaue ich mir gleich raus. So. Zapp. Ach ja, schön. So. Mensch. Kriegen wir das heute hoffentlich noch hin? Okay, ein Electric und den Advanced. Sehr schön. Dann kann ich gleich hier bleiben, denn wir brauchen noch weitere Heat Coins, ne? Die hießen ja so. So. Und zwar. Find Iron, Chrome und Aluminium kann ich mir nicht leisten. Nickel, Chrome. Oh, komm schon. Ah. Okay. Ich meine, ich darf mich ja nicht beschweren. Ich wollte ja diesen Schwierigkeitsgrad haben. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss das halt ich bin ein Fisch. Ich bin ein Fisch. Wir brauchen einen MFE. Gibt's mir. Wir brauchen Glasf... Glasf... Oh, hab ich gar keinen mehr. Dann war's ein Dia. Und Silber. Frage ist, wie viele machen wir uns? Das Deck sollte... das langt auch. So. Gut. Ja, also die in das Film Blast Furnace, die benötigt 128 pro Tick. Also, das ist natürlich schon eine richtige Hausnummer. und das kriegen wir natürlich am besten hin mit dem MFI. Dann machen wir den Ausgang schön nach oben, wo er hingehört. Und jetzt kommt diese nette Maschine da dran. Ah, Bäm. Schwenkt um. Also, sobald bei Vanilla ist hier unten glaube ich irgendwas rotes, ein roter Punkt. Also, es muss unbedingt auf grün gehen. Das bedeutet aber nur, dass es funktioniert. nicht, dass es mit Strom versorgt ist. Nur wohlgemerkt. Und, ähm, ich finde das hier so ein bisschen witzig. Man muss erst die Maschine bauen, um zu sehen, wie mache ich das Mashing Casing. Also, das ist die unterste Ebene. Standard Casings plus hier vorne dran die Furnace. Man kann die auch hier, hier und hier noch hin machen. Standard Casings außenrum. In der Mitte Lava Standard Casing in der Mitte Lava und obendrauf nochmal Standard Casings. Ich kann auch schon direkt die Reinforced Casings benutzen. Ich kann hier mal die ganzen Casings zeigen. sind sagen. Schichere oder die schichere